Österreichs Fussballszene trauert um Ernst Ogris. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler stirbt am Mittwoch im Alter von nur 49 Jahren. Vergangene Woche wird publik, dass Ogris aufgrund einer Virusinfektion in künstlichen Tiefschlaf versetzt wird. Niere, Leber, Herz und Gehirn waren betroffen. Sein Ex-Klub Austria Wien, für den Ogris Mitte der 1980er Jahre drei Saisonen spielte, schreibt in einer Aussendung. Mit großer Bestürzung haben wir heute die Todesnachricht von Ernst Ogris zur Kenntnis genommen. Der FK Austria Wien möchte seiner Familie und seinem Bruder Andreas im Speziellen auf diesem Weg sagen, wie tief uns sein Ableben erschüttert. Weitere Stationen von Ernst Ogris sind unter anderem St. Pölten, Admiravacker und Hertha BSC. Nach seiner aktiven Karriere war er unter anderem als Trainer im Wiener Unterhaus tätig und engagierte sich beim Fahrtendienst für kranke und behinderte Menschen. Sein einziges Länderspiel absolvierte Ogris im Juni 1991 unter Teamchef Alfred Riedl beim 1 zu 2 gegen Dänemark, wo er mit einem sehenswerten Seitfallzieher gegen Peter Schmeichel das Tor des Jahres erzielte. Aus traurigem Anlass wird am Samstag beim Heimspiel der Austria gegen Admiravacker eine Traurminute abgehalten.